Schönen guten Tag Leute, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Idealerweise bist du auf Amazon in der Nische, wo du Produkte verkaufst mit hohen Preisen, wo du viel Platz hast, deine Kosten reinzubringen und noch einen großen Profit. Aber wie machen das eigentlich die Händler, die wirklich bei dem günstigen Segment unterwegs sind, so bei dem ganzen Alltagszeug, was man kauft für zu Hause, fürs Bad, für die Küche. Wie kriegen die bei 10 Euro und weniger eigentlich ihre Kosten unter? Und gleichsam ist ja natürlich Amazon sehr interessiert, solche Produkte auch zu haben auf der Webseite. Nicht nur die teuren, interessanten Produkte, auch die Alltagsgegenstände. Und da schließt sich der Kreis wieder, weil Amazon unterstützt solche Händler, die wirklich günstige Produkte anbieten, indem sie weniger Gebühren von denen berechnen. Und dafür gibt es ein Extraprogramm, das heißt Small & Light. Da bist du aber nicht automatisch drin, wenn du im Preis von 10 Euro oder tiefer gehst. Dafür musst du dich erst registrieren. In dem Video zeige ich dir, was es mit dem Programm auf sich hat, welche Produkte da eigentlich reinfallen und dann zeige ich dir die Gebühren, was du eigentlich sparst, wenn du dein Produkt dann für Small & Light anmeldest und natürlich, wie du es machst. Also, auf geht's ins Video. Und wenn du den Kanal bisher noch ohne Abo siehst, auf geht's jetzt, Kanal abonnieren, Glocke abonnieren und du gehörst zur größten Amazon FBA Community hier im deutschen YouTube. Legen wir mal los und auf Amazon gucken uns eigentlich an, was für Produkte in sehr beliebten Nischen eigentlich beliebt sind. Und ich habe mir hier beispielsweise Beauty herausgesucht, wo es wirklich viele sehr einfache Produkte gibt. Wie zum Beispiel hier bin ich in der Kategorie Haarbürsten, Haarstyling, Geräte, Styling, Zubehör und in der Unterkategorie Bürsten. Und denkbar simples Produkt, was ständig gebraucht wird, deswegen ideal, wenn man sowas verkaufen kann. Aber guck mal hier in den Bestsellern, womit hier die Top-Ränge eingenommen wird. Hier die Bürste 8,99 Euro, hier die Bürste 8,49 Euro und ähnliche Kategorie Lockenwickler. Platz 2 ist 9,99 Euro, Platz 3 ist 7,64 Euro. Und kommen wir noch in die dritte Kategorie Kämme, Platz 1 mit 8,99 Euro und Platz 2 mit 9,95 Euro. Was fällt uns auf? Alles Produkte für 10 Euro und weniger. Das ist offenbar ein sehr beliebter Preispunkt. Einerseits natürlich sehr schön, Bestseller zu sein in so einer sehr nachgefragten Kategorie mit Sales, wo die ganzen Jahre wirklich gleich sind, weil sowas immer gebraucht wird. Andererseits eine ziemliche Herausforderung für Händler, die ganzen Kosten aufzufangen. Das Produkt musst du nicht nur einkaufen, sondern beim Verkaufen möchte Amazon natürlich seine Verkaufsgebühr haben, weil du die Seite nutzt, aber auch die Versandgebühr, weil sie das Ganze auslagern, verpacken und dann verschicken an den Kunden. Das heißt, da wird auch nochmal Verpackung und Porto fällig und das ist sicherlich der größte Posten in dieser Nische. Und da hat sich einfach Amazon was eingefallen lassen, weil die möchten natürlich auch in dieser Nische ganz stark sein und ein sehr gutes Angebot für die Kunden haben. Also möchten sie es möglichst attraktiv gestalten für die Händler, damit sie auch wirklich wettbewerbsfähig sind in der Nische, was anbieten und vor allen Dingen verdienen können. Das ist wahrscheinlich die größte Motivation für uns Händler. Und deswegen gibt es das Programm Small & Light. Klicken wir mal drauf, gibt es eine extra Unterseite für FBA Small & Light. Und das muss ich hier unterstreichen, weil wenn du Amazon FBA nutzt mit so einem kleinen Produkt für 10 Euro und weniger, bist du nämlich nicht automatisch drin. Dafür brauchst du eben einen extra Klick, den zeige ich dir gegen Ende vom Video. Aber erstmal will ich dir die Gebühren zeigen und hier auf der Webseite steht noch, welche Produkte sind berechtigt. Also höchstens 10 Euro und weniger. Dann stehen hier zwei Maße, höchstens 225 Gramm und Größe 33 mal 23 mal 5. Das ist eventuell nicht mehr aktuell, wenn du das Video guckst, weil ab 31. März 2022 gibt es neue Gebühren und vor allen Dingen neue Kategorien. Und damit fallen diese beiden Punkte, weil das Produkt kann dann auch größer sein von den Abmessungen. Es darf schwerer sein. Einzige Bedingung, die bleibt, ist 10 Euro und weniger. Das heißt, auch wenn du größere und schwere Produkte hast, die für 10 Euro und weniger verkauft werden, auch dann kommst du in den Vorteil vom Small & Light Programm. Deswegen beziehe ich mich mal mit den Gebühren schon auf die neuen Gebühren, dass das Video auch noch weiterhin aktuell wird. Und deswegen gucken wir sie mal an. Und das hier ist die Tarifübersicht für Small & Light Programm und die gilt ab den 31. März 2022. Damit ist das Video auch zukunftssicher. Aktuell, wie ich das Video aufnehme, hört das Programm nämlich auf bei dieser Größe. Extra großer Briefumschlag bis 252 bis 225 Gramm und diesen Abmaßen. Und neu dazu kommen jetzt nämlich ab Ende März das kleine Paket bis 150 Gramm, was schon mal größere Abmaße hat. Und zusätzlich noch ein kleines Paket bis 400 Gramm. Das heißt, dein Produkt qualifiziert sich in Zukunft auch, wenn es größer und schwerer ist als bisher, aber maximal 10 Euro kostet. Und das sind die Versandgebühren, die anfallen. Wenn du aktuell noch FBA benutzt, ohne etwas geändert zu haben, dann zieht dir nämlich Amazon 2,05 Euro ab, wenn es wirklich der kleinste und leichteste Briefumschlag ist, den sie für dich verschicken würden. Wenn dein Produkt noch in den größten Briefumschlag überhaupt passt, sind es 3,21 Euro. Und das ist natürlich happig bei dem 10-Euro-Produkt. Das ist natürlich eine ganze Menge, die dann abgeht. Oder 3,43 Euro bei dieser Paketnische, die jetzt neu dazukommt. Und hier siehst du, was du dann tatsächlich zahlst im Small & Light-Programm. Das sind bei dem kleinen Briefumschlag 1,37 Euro. Und damit bleiben mal eben 68 Cent mehr übrig. Und 68 Cent mehr Profit bei dem 10-Euro-Produkt oder weniger. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich ein großer Posten, die dann am Ende mehr in deine Tasche bleibt. Oder die dir die Möglichkeit gibt, für vielleicht eine Rabattaktion mal zu sagen, ich gehe jetzt mal 50 Cent mit dem Preis drunter, mache unterm Strich aber trotzdem noch mehr als vorher. Also sehr interessant. Und beim größten Briefumschlag, den Amazon im Programm bietet, sind es auch 2,59 Euro versandt. Im Small & Light-Programm gegenüber 3,21 Euro, wenn es normal per FBA verschickt würde. Ein bisschen weniger Ersparnis sind es bei den Paketen. Da sind es 2,96 Euro zu 3,12 Euro zum Beispiel. Also 16 oder 20 Cent Ersparnis. Aber hey, auch 20 Cent Ersparnis bei einem Artikel, wo du vielleicht 100 Einheiten am Tag machst, das läppert sich natürlich im Monat. Und dann kommt da eine ganze Menge extra zusammen. Deswegen kann ich nur jeden motivieren, das Small & Light-Programm auch für deine Produkte zu nutzen. Und im nächsten Schritt zeige ich es dir mal, wie du es eigentlich aktivierst. Also wir sind jetzt im Amazon Seller Central. Und von dir hier aus geht ein Klick auf das Menü. Und du gehst auf Wachstum und auf Fulfillment-Programme. Da gibt es dann den Ort Small & Light. Da geht dann der nächste Klick drauf. Und von hier aus kannst du dein Produkt anmelden und auf schnelle Registrierung klicken. Und auf der Seite kannst du dann dein Produkt hinzufügen, prüfen, ob es auch berechtigt ist. Und dann schließlich auf der rechten Seite ausgewählte Produkte hinzufügen. Und mit den paar Klicks hast du uns dann angemeldet. Dein FBA-Produkt ist jetzt im Small & Light für FBA drin. Und alles andere bleibt ansonsten wie zuvor. Du behandelst es weiter wie jedes andere FBA-Produkt. Für deinen Kunden bleibst du auf der Bestellseite auch gleich. Und zwar der wichtige Prime-Button. Der ist natürlich weiterhin da. Das ist weiterhin ein Prime-Produkt. Der einzige Unterschied, den ich von Small & Light bisher gehört habe zu regulären FBA-Produkten, ist die Versandzeit. Kann ein wenig länger dauern, bis die Produkte ankommen beim Kunden. Also einfach im Hinterkopf behalten, wenn du was hast, was hochsensibel in der Versandgeschwindigkeit ist, was Kunden wirklich am nächsten Tag erwarten, wie sie es von FBA-Produkten kennen. Der ein oder andere von euch hört ja auch schon meinen Podcast, wo ich regelmäßig mit echten Amazon-Händlern Interviews führe und sie auf den Zahn fühle, wie sie es denn geschafft haben, in so kurzer Zeit ihr Amazon-Business so groß zu bringen, welchen Weg sie gewählt haben. Und dann hätte ich kürzlich ein Gespräch mit Beate aufgenommen, die ist Goldschmiedin und die vertreibt selbstproduzierten Modeschmuck auf Amazon. Und die hat davon einige Dinge, auch im Small & Light-Programm eigentlich alles, was preislich in die Kategorie passt. Und die freut sich halt über die Ersparnis. Und von der habe ich die Erfahrung, dass es selbst gut funktioniert für ihre Kunden, die sowas viel als Geschenk kaufen. Und der Preisvorteil bei den niedrigen Versandkosten bleibt in ihrer Tasche, was bei den hohen Stückzahlen, die sie hat, am Monatsende einen sehr guten Posten ausmacht. Das ganze Programm gibt es übrigens europaweit für jeden Marktplatz in Europa. Und auch wenn du in Deutschland lagerst und nach Europa verkaufst, auch da profitierst du von Small & Light. Und wenn du selber nachlesen willst, den Link zur Einstiegsseite von Small & Light tue ich mal unter das Video. Und auch den Link zum Podcast, den Serious Seller Podcast auf Deutsch, so der Name. Link unter dem Video, wenn du demnächst beim Autofahren, beim Gassigehen mit dem Hund oder beim Sport mal ein gutes Händlerinterview hören möchtest. Also ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Infos geben mit dem Video. Wenn dem so ist, klick den Like-Button unter dem Video, lass ein Like da. Hilft mir auch ungemein, dass YouTube meine Videos ein bisschen pusht. Und zum Schluss der Videos lese ich immer noch einen von euren Kommentaren und der kommt heute von Evelina. Die sagt, wie gewohnt transparent, also erstmal danke fürs Lob und sagt, wie verhält es sich mit Retouren. Habe dazu noch kein Video entdeckt. Also bei Retouren ist es eine Sache, wenn du FBA nutzt, dann managt das Amazon für dich. Das heißt, du bekommst in der Regel gar nichts davon mit. Die Kunden wenden sich danach an den Amazon Kundenservice, wickeln es damit alles ab und die ganze Ware, die wieder verkaufbar ist, die geht zurück in deinen Lagerplatz, wo es der nächste Kunde kaufen kann. Also für dich als Händler sehr bequem. Idealerweise hältst du natürlich deine Retourenquote möglichst tief. Deswegen guck schon bei der Produktsuche dabei, dass du möglichst Produkte hast, die einfach zu bedienen sind, wo es keine großen Fragen gibt oder Missverständnisse gibt. Wenn du einen Lieferanten suchst, achte auf Qualität, bestelle dir Samples, damit du hinterher keinen Ausschuss hast und kaputte Ware beim Händler ankommt. Und genauso entscheide, in welche Nische du gehst. Alles, was wirklich den persönlichen Geschmack betrifft. Zum Beispiel bei Kleidung ist das Schwarz-Schwarz genug, passt es gut genug. Das hat typischerweise sehr hohe Retourenquoten, während andere Dinge, so Alltagsgegenstände nur, die Funktion erfüllen müssen. Dann sind sie gekauft und dann bleiben sie da, wo sie sind. Also das ist mein bester Tipp für Retouren. Vielleicht lese ich ja im nächsten Video einen von deinen Kommentaren vor. In jedem Fall vielen Dank fürs Ansehen. Habt eine großartige Woche und schau bis zum nächsten Video. guelchen-